Hallo und ganz herzlich willkommen bei Saiboldsoft. Heute geht es mal darum, wie wir den Junk-Filter in Thunderbird aktivieren können. Wir sind hier in Thunderbird und der Junk-Filter ist standardmäßig deaktiviert. Wir drücken zuallererst hier mal die Alt-Taste, damit wir hier diese Leiste bekommen und gehen dann auf Extras und auf Einstellungen. Hier gehen wir nun auf den Punkt Datenschutz und Sicherheit und hier bei Junk, da aktivieren wir ganz unten den Haken bei Junk-Protokoll für selbstlandenden Filter aktivieren. Sobald das erledigt ist, schließen wir hier die Einstellungen wieder, gehen jetzt in unsere E-Mail-Adresse, da mit der rechten Maustaste drauf und dann hier auf Einstellungen und hier nun auf den Junk-Filter. Und hier im Junk-Filter können wir nun die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Zuallererst aktivieren wir hier den Junk-Filter bei Klassifizierung und dann bei Speicherplatz machen wir hier den Haken rein, neue Junk-Nachrichten verschieben in und können jetzt hier den Ordner auswählen. Bei mir ist das standardmäßig der Junk-Ordner auf der E-Mail-Adresse. Ja und damit sind die grundlegenden Einstellungen hier getroffen. Nun muss der Thunderbird nur noch trainiert werden, das heißt wir gehen in den Posteingang und markieren nun hier E-Mails, die wir als Junk-Empfinden hier mit dem Junk-Button entsprechend. Und wenn wir das über einen längeren Zeitraum machen, dann lernt der Thunderbird hier und verschiebt uns unsere Junk-Nachrichten in den davor vorgesehenen Ordner. Ja das war's dazu, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss. Hey, vielen Dank, dass du dir das Video hier bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch bitte einen Like oder unseren Kanal ein Abo. Beachte doch noch bitte unsere rechtlichen Hinweise, dass alles was in diesen Videos hier passiert auf eigene Gefahr geschieht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt's hier auf unserem Kanal ein neues Video rund um die Welt der IT. oder geht unter und jetzt jetzt aber noch mehr ίsschen. Ohne Das Video, es hilft ind� inte ! Im Türkei und ich fattere alles nochmal ins compute das Video die Folk ...